Wisst ihr, worauf ich mich am meisten freue? Und das ist gar nicht disrespected. Auf den Journalismus, beziehungsweise unsere Mentalität oder unsere Meinungsmacherei in Deutschland, wenn Niklas Füllkrug original bei der WM nix bringen wird. Oh, wird das wieder krass. Dann rudern alle wieder mit dem Boot zurück. Ich schwör's euch, das wird so heftig. Abwarten, definitiv abwarten. Mal schauen, dann sehen wir. Aber, was würdest du sagen, wenn Niklas Füllkrug einkracht? Dann sagst du, hab ich ja schon immer gesagt, uns fehlt so ein Stürmer in der Nationalmannschaft. Dann, angenommen er performt nicht, ja, dann haben wir so ein Stürmer und dann passt auch das System nicht zu ihm. Solange er bei der Werder funktioniert, ist alles super. Das stimmt, das ist sein Verein. Oh, da kommt schon der Erste, der da was schreibt. Der hat nie mit denen trainiert. Ist schon nicht einfach. Okay. Gleich wieder seine Aussagen, die man vor eventuell laut rausgeschrien hat. So eine leichte Schützwand, so, dass man sich gar nicht attackieren kann. Theyd receiving. Ich baiere so mit denen dieana an. Das große Schützwand ist ja. 制kte. Heute ist neugr feared. Das sage Son Civ 25. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Até los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.